Herzlich willkommen liebe Studierende zu diesem Einführungsvideo unseres Seminars Sprache und Diskriminierung. Mein Name ist Simon Meier-Viehacker, ich bin Professor für Angewandte Linguistik an der TU Dresden und in diesem Video möchte ich erstens in das Thema unseres Seminars einführen und zweitens möchte ich einige organisatorische Dinge zur Gestaltung, vor allem auch zur digitalen Gestaltung unseres Seminars sagen. Wenn wir uns jetzt face-to-face gegenüber sitzen würden im Seminarraum, dann hätte ich Sie eigentlich gefragt und ich kann das ja auch hier mal versuchen, ob eigentlich Rassisten oder Sexisten im Plenum sind. Vermutlich würde niemand aufzeigen, wenn ich Sie jetzt fragen würde, wer von Ihnen hat sich schon mal rassistisch oder sexistisch geäußert, dann würden vielleicht doch ein paar zögerlich aufzeigen. Ich zum Beispiel würde aufzeigen und das möchte ich gleich schon mal vorab sagen, dass es eines der ganz zentralen Lernziele unseres Seminars, dass wir uns alle klar machen, dass niemand von uns davor gefeilt ist, sich diskriminierend zu äußern, sich diskriminierend zu verhalten. Deswegen ist also die Beschäftigung mit dem Thema Sprache und Diskriminierung immer auch eine Arbeit an uns selbst. Inwiefern und was man da genau tun kann, das möchte ich mit Ihnen in den nächsten Monaten gemeinsam besprechen. Um also erstmal in das Thema Sprache und Diskriminierung ein bisschen präziser einzuführen, möchte ich auf eine Quelle zurückgreifen, mit der ich besonders gerne arbeite. Und zwar handelt es sich um das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, eine Ressource, die Sie unter DWDS selber aufrufen können. Das Ziel von DWDS finden Sie hier oben beschrieben. Es geht darum, den deutschen Wortschatz von 1600 bis heute zu dokumentieren. Dazu werden Wörterbücher erfasst, vor allem aber werden große, große Textkorpora angelegt, die sich über diese Suchmaske hier sehr bequem recherchieren lassen. Wenn wir jetzt also hier einfach mal nach Diskriminierung suchen, dann finden wir zunächst mal hier diese Übersicht, so ein paar lexikografische Angaben, zur Etymologie was. Und besonders interessant ist hier unten die Rubrik typische Verbindungen, das DWDS-Wortprofil, wie es auch heißt. Wir finden hier in linguistischer Terminologie gesprochen Kollokationen, also Ausdrücke, die im Umfeld von Diskriminierung besonders häufig gebraucht werden. Hier einfach mal die Übersicht und wir können das Ganze über diesen Link auch noch nach grammatischen Informationen genauer aufsplitten. So sieht das dann aus. Ich wähle mal über diese, über dieses Icon hier die Cloud-Ansicht, die ich noch ein bisschen übersichtlicher finde. Hier also nochmals der Überblick und dann finden wir zum Beispiel sowas wie Adjektiv-Attribute. Es geht um ethnische Diskriminierung, rassische Diskriminierung, aber auch sowas hier. Von welchen Verben ist eigentlich das Substantiv-Diskriminierung typischerweise ein Akkusativ- oder Dativobjekt, dann finden wir sowas wie, dass Diskriminierung angeprangert wird, dass sie beklagt wird, beseitigt wird, unterbunden wird, gemeldet wird, aber auch geduldet wird. Und hier ist es vielleicht noch mal wichtig, sich die Textgrundlage klarzumachen. Das DWDS versammelt in erster Linie Pressetexte, vor allem für die eher jüngeren Zeitabschnitte nach dem Zweiten Weltkrieg, ist es insbesondere die Zeitung Die Zeit, die hier vollumfänglich erfasst wird und in diese Analysen eingeht. Was wir also finden, sind Hinweise auf den Diskurs über Diskriminierung. Wie wird also Diskriminierung thematisiert, explizit thematisiert? Es ist ja was ganz anderes, ob wir uns für Diskriminierung als Phänomen interessieren, zum Beispiel für Fälle von Rassismus oder für Fälle von Sexismus und so weiter. Oder ob wir uns dafür interessieren, wie dieses Phänomen selber im Diskurs zum Gegenstand wird, wie also ausdrücklich darüber gesprochen wird. Und wir können also hier schon mal als ersten Befund festhalten, wenn Diskriminierung thematisch wird, dann häufig in so einem antidiskriminatorischen Kontext, wie wir das vielleicht mal nennen können. Wir finden dann auch hier, das finde ich interessant, Koordination mit. Wir können übrigens zu jedem Kolokat uns auch die Belege anzeigen lassen, einfach indem wir draufklicken. Dann finden wir hier solche Sachen, Benachteiligung, auch Diskriminierung, Diskriminierung und Benachteiligungen und so weiter. Das Ganze auch immer chronologisch rückläufig sortiert, also mit den neuesten Belegen zuoberst. Wir finden dann eben die Zeit, den Tagesspiegel, aber auch Berliner Zeitung und so weiter. Und wir sehen also, was sind Dinge, die häufig zusammen mit Diskriminierung erwähnt werden? Fremdenfeindlichkeit, Intoleranz, Rassismus, Vorurteile. Das sind alles Dinge, die uns im Verlauf des Seminars auch noch beschäftigen werden. Genitivattribut, also wer wird eigentlich diskriminiert? Diskriminierung homosexueller, Diskriminierung von Minderheiten. Hier sehen wir also im Überblick, wer im Pressediskurs der letzten 70 Jahre typischerweise als die Betroffenen von Diskriminierungshandlungen erwähnt wurden. Wir können das Ganze auch noch mal mit dem Verb machen, diskriminieren. Dann finden wir noch ein paar andere interessante Dinge, Adverbialbestimmungen zum Beispiel, ob man bewusst diskriminiert, ob das öffentlich passiert, pauschal, gezielt. Das sind alles Dinge, die eine Rolle spielen im Diskurs über Diskriminierung. Hier wiederum, wer wird diskriminiert? Und auch das hier, die Koordination wieder äußerst interessant, wie ich finde. Was sind Verben, die zusammen mit dem Verb Diskriminierung verwendet werden? In solchen Und-Konstruktionen. Hier finden wir privilegieren, aber auch stigmatisieren, unterdrücken, benachteiligen, ausgrenzen, anfeinden. Das sind vielleicht alles ganz gute Wege, um sich so ein bisschen das Bedeutungsspektrum von Diskriminieren zu vergegenwärtigen. Ich möchte noch ein weiteres Tool vorführen, welches wir auf DBDS implementiert finden. Wenn wir hier auf Wortstatistiken gehen, können wir Diacolo aufrufen. Denn in der Übersicht bisher haben wir alle Belege sozusagen en bloc ausgewertet und dabei nicht berücksichtigt, dass die ja aus unterschiedlichen Zeiten stammen können. Und wie sich solche Kollokationsprofile über die Zeit entwickeln, können wir uns über Diacolo anschauen. Jetzt funktioniert hier wieder irgendwas nicht. Diskriminierung. Eigentlich müsste ich jetzt hier ich muss noch mal zurückgehen. Statistische Auswertung. Jetzt haben wir hier die Zeit. Nehmen wir noch mal Diskriminierung und rufen das auf. Dann finden wir jetzt hier so einen Zeitstrahl, in dem wir uns bewegen können und wir können das auch als Film mal abspielen lassen. Und achten Sie mal drauf, welche Begriffe hier jeweils aufscheinen und wie sich das vor allem verändert über die Zeit. Jetzt kommen die Farbigen mit rein. Dann geht es plötzlich um Frauen. Dann um Minderheiten, schwarzer Protest, Ausgrenzung, Unterdrückung. Und in der jüngsten Zeit geht es dann auch sehr viel um Diskriminierung von Homosexuellen. Ja, wir finden hier also sozusagen eine Konjunkturgeschichte von Diskriminierungen. Immer machen Sie es sich noch mal klar durch die Brille des Diskurses über Diskriminierung. Also was wird jeweils thematisch? Man hat sich, wenn wir noch mal zurückgehen, in den 1980er Jahren, hier Ende der 70er, Anfang der 80er, vor allem im Pressediskurs für die Diskriminierung von Frauen interessiert. Und hier kommen dann andere Dinge mit rein. Hier geht es dann insgesamt um Minderheiten. Rassismus wird hier ein Thema und so weiter. Wir finden auch, gehen wir mal zurück, hier so ein Ausdruck wie Farbige, der ja heute so nicht mehr verwendet wird oder selber in dem Verdacht steht, rassistisch zu sein. Auch das sind interessante Befunde, die man hier aus dieser Übersicht rausziehen kann. Gut, ich empfehle Ihnen also allen, sich mit diesem Tool vertraut zu machen, es auch mal mit anderen Ausdrücken auszuprobieren, von denen Sie glauben, dass Sie was mit dem Thema Sprach- und Diskriminierung zu tun haben könnten. Diskriminierung, was ist das eigentlich? Es gibt einen sehr berühmten Aufsatz von Graumann-Wintermantel, den wir auch besprechen werden in diesem Seminar, die diese Definition hier vorgelegt haben. Diskriminierung definieren Sie als die Ungleichbehandlung von Personen auf kategorialer Basis, also in der Regel ohne Berücksichtigung individueller Eigenschaften oder Verdienste, sodass Personen aufgrund ihrer tatsächlichen oder auch nur vermeintlichen Gruppen- oder Klassenzugehörigkeit unterschiedlich behandelt werden. Hier sind ein paar Dinge wichtig, die uns alle noch beschäftigen werden im Seminar. Hier bei Ungleichbehandlung ist zunächst mal offen gehalten, ob es sich um eine Benachteiligung oder eine Bevorzugung möglicherweise auch handelt. Es geht zunächst mal darum, dass Menschen ungleich behandelt werden, allein deswegen, weil sie einer Gruppe zugewiesen werden. Ob sie dieser Gruppe tatsächlich zugehören oder nicht, oder ob diese Gruppen überhaupt als solche eine verlässliche Größe sind, ist mehr oder weniger irrelevant. Menschen werden zusammengefasst, ohne dass man ihre individuellen Eigenschaften genügend berücksichtigen würde. Das hat was mit Pauschalisierung zu tun, mit Konstruktion von Gruppen und Gruppenzugehörigkeiten. Auf dieser Basis kommt es zu Ungleichbehandlungen. Diese Diskriminierungsdefinition ist auch offen gehalten, wie genau sie sich vollzieht, ob verbal, nonverbal, ob es über den Umweg von Organisationen und Strukturen geht oder eher an individuelle Handlungen geknüpft ist. Alles wird uns beschäftigen, wobei wir natürlich dem Zuschnitt unseres Seminars geschuldet, uns vor allem mit sprachlicher Diskriminierung beschäftigen werden. Und da hat Reisigel das sehr schön auf den Punkt gebracht, wie eigentlich Sprache hier mit rein spielt. Er schreibt nämlich in seinem Überblicksaufsatz, Sprache ist erstens zentrales Mittel der Diskriminierung. Diskriminierung, also wir können diskriminieren, indem wir Sprache verwenden. Es kann aber auch zum Objekt von Diskriminierung werden. Wir können Menschen diskriminieren, weil sie einen bestimmten Akzent haben oder weil sie zu bestimmten sprachlichen Handlungen, Mustern, Ausdrucksweisen nicht in der Lage sind. Es kann aber auch, und das ist für uns auch mindestens genauso wichtig und interessant, Sprache kann auch zum Medium der Bekämpfung von Diskriminierung werden, indem wir zum Beispiel auf Diskriminierungen hinweisen, indem wir uns im Counterspeech üben und so weiter. All das wird uns beschäftigen. Ein paar Beispiele möchte ich gerne bringen. Wie äußert sich Diskriminierung? Welche Formen finden wir? Sie erinnern sich vielleicht an diesen Skandal hier um Sosan Cebli. Die ist Staatssekretärin in Berlin damals gewesen. Ich weiß nicht, ob sie es heute noch ist. SPD-Politikerin jedenfalls. Und hier twittert Ali Utlu. Mir geht es hier um das hier. Wie konnte sie jemals Staatssekretärin werden? Sie ist ja in die Kritik geraten, weil sie sich angeblich zu sehr mit Linksextremen solidarisiert hat. Und es geht um diese Antwort, die nur sehr kurz online war. Afghani Dönmez hat diesen Tweet kurz darauf wieder gelöscht, aber das Internet vergisst ja nichts. Über Screenshots ist es noch verfügbar und einsehbar. Er hat dann getwittert als Antwort auf diese eigentlich eher rhetorische Frage. Schau dir mal ihre Knie an, vielleicht findest du da eine Antwort. Ich möchte jetzt nicht erklären, wie diese Anspielung genau zu verstehen ist. Wir können festhalten, dass es zutiefst sexistisch und Sexismus ist eine der Diskriminierungsformen, die uns ganz zentral beschäftigen wird. Aber nicht immer ist solcher Sexismus so auffällig und auch so ordinär und so explizit wie hier, dass also Frauen, insbesondere beruflich erfolgreiche Frauen, auf so eine Art und Weise zum Sexualobjekt gemacht werden. Wir finden auch ein bisschen subtilere Fälle. Schauen wir uns mal die Textgrammatik des Deutschen an. Eine berühmte Grammatik von Weinrich Thurmeier, die ich selber sehr schätze und oft benutze. Aber interessant sind die Beispielsätze, die wir finden. Es geht hier in diesem Kapitel um das Phänomen der Redewiedergabe. Alles, was hier veranschaulicht werden soll in diesen Beispielsätzen, ist es, dass hier diese rede signalisierenden Teile an unterschiedlichen Stellen des direkten Zitats untergebracht werden können. Davor, in der Mitte und danach. Aber interessant ist, wenn wir uns anschauen, was diese Sätze eigentlich genau zum Inhalt haben. Sie wiederholte immer die Worte. Das ist doch nicht zu glauben, das ist doch nicht zu fassen. Noch nie rief sie mir entgegen, ist mir so etwas passiert. Was habe ich bei diesem Computer nur falsch gemacht, dass ich den ganzen Text gelöscht habe? Hier ist also eine Person, die nicht mit Computern umgehen kann und darauf hysterisch reagiert. Und dass diese Person weiblich ist, ist eine von zwei Möglichkeiten oder von drei oder vier Möglichkeiten, je nachdem, wie viele Geschlechter sie ansetzen wollen. Dass aber genau diese Variante herausgegriffen wird, dass so eine Szenerie aufgerufen wird, die das Stereotyp von technisch unbegabten und hysterischen Frauen bedient, das ausgerechnet das als Beispiel rangezogen wird, um so etwas wie Redewiedergabe zu signalisieren, zeigt doch, wie tiefe Ankert genau diese Stereotype sind, und dass sie, ohne genauer darüber nachzudenken, auch in so einem völlig sachfremden Kontext einfach so übernommener reproduziert werden. Ein anderes Beispiel, was ich schon in der Einführungsvorlesung, falls Sie die gesehen haben, schon gezeigt habe, finden wir bei Damaris Nübling, eine Sprachhistorikerin, die aufzeigt, die den Bedeutungswandel von Anredeformen, vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeutschen. Frau und Herr waren im Mittelhochdeutschen Anredeformen, die, nein, Entschuldigung, hier geht es um das Reden über Personen, also Geschlechtsbezeichnungen. Frau und Herr waren im Mittelhochdeutschen Vorbehalten für soziale Hochstehende, sprich Adlige, Männer und Frauen, und das ist im Neuhochdeutschen ein bisschen anders. Herr ist stabil geblieben, aber Frau hat einen sogenannten Priorisierungspfad genommen. Es hat also genau diesen Bedeutungsanteil des sozial Hochstehenden eingebüßt und ist zur sozialneutralen Bezeichnung geworden. Die sozialneutrale Bezeichnung für Angehörige des weiblichen Geschlechts war im Mittelhochdeutschen noch Wieb und das Weib haben wir, ist auch heute noch ein Ausdruck, der gebräuchlich ist, ist aber eigentlich immer pejorativ, ist also ein abwertendes Wort geworden. Und also auch sozusagen ist auf dieser Prestigeskala sozusagen nach unten abgesunken. Und hier finden wir ein ganz interessantes Phänomen, dass diese Priorisierungspfad über die Geschlechter ungleich verteilt sind. Ja, schauen Sie es nochmal an. Herr bleibt stabil, Mann bleibt auch stabil. Die Bezeichnungen für Frauen hingegen, Frue und Wieb, sinken sozusagen ab. Und hier haben wir so eine ganz grundlegende, tief in unser Sprachsystem eingelassene Ungleichbehandlung von Männern und Frauen, die, so die These von Nübling, über die Jahrhunderte tradiertes Patriarchat spiegelt. Und so finden wir auch hier eine sehr abstrakte Form von Ungleichbehandlung. Abstrakt deswegen, weil sie sich nur über so einen langen Zeitraum hinweg nachzeigen lässt, die aber natürlich sehr konkret ist, weil sie ganz konkret auch in der Gegenwart noch wirkt. Ein paar weitere Beispiele. Das ist eine berühmt-berüchtigte Werbeanzeige der rechtspopulistischen Schweizer Partei SVP. Sie kennen sie vielleicht. Es geht um die Volksinitiative für die Ausschaffung krimineller Ausländer, die hier mit diesem Schafcomic visualisiert wird. Das sind also die weißen Schafe, die die Mehrheit sind, die das schwarze Schaf in der Minderheit außer Landes verweist und das Ganze mit dem Ziel, dadurch angeblich Sicherheit zu schaffen. Das ist eine rassistische, ausländerfeindliche Werbung. Und wir finden hier zum Beispiel das Stereotyp, dass Ausländer kriminell sind. Und zwar werden hier pauschalisierend Ausländer der Kriminalität bezichtigt und Ausschaffung von Ausländern wird als eine Aktion im Dienste nationaler Sicherheit stilisiert. Also auch das sind sozusagen Formen des Rassismus und der Ausländerfeindlichkeit im Medium der politischen Werbung. Anderer Fall, Alexander Gauland, Chef der rechtspopulistischen bis rechtsextremen Partei AfD, hat in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gesagt, Sie kennen das Zitat vielleicht, die Leute finden ihn als Fußballspieler gut, sie wollen einen Boateng aber nicht als Nachbarn haben. Das ist perfide von Gauland, weil er hier den Rassismus nicht, also er gibt vor, ihn nicht selbst zu äußern, sondern gibt vor, es nur als eine allgemeine Stimmungslage sozusagen zu kolportieren. Aber der rassistische Unterton ist offenkundig. Es wird behauptet, dass hier Boateng allein deswegen, weil er die Hautfarbe hat, die er hat, er von den Leuten abgelehnt wird. Also allein aufgrund seiner ethnischen Zugriff, wie Sie es auch nennen möchten, eben pauschal abgelehnt wird und nicht als gleichwertiger potenzieller Nachbar infrage kommt. Die AfD ist insgesamt ein ganz wichtiger Diskriminierungsagent im öffentlichen Diskurs geworden. Sie kennen hier vielleicht solche Facebook-Share-Pics, die Sie immer posten. Hier wird ein Bademeister dafür gelobt, dass er eine Burkiniträgerin vor die Tür gesetzt hat. Und interessant sind bei Facebook natürlich insbesondere die Kommentarbereiche. Hier mal nur zwei Kommentare. Ich greife mal den unteren heraus. Dann wollen wir jetzt mal hoffen, dass dem Bademeister nicht bald stichhaltige Gegenargumente entgegengebracht werden. Dann heißt es hier also das zutiefst rassistische Stereotyp, dass Moslems zur Gewalt neigen insgesamt, also sich mit, wie soll der darauf angespielt werden, dass sie mit Messerangriffen sich irgendwie wehren würden oder irgendwas in der Art. Hier wird also ganz pauschal Moslems unterstellt, kriminell und gewalttätig zu sein. Das sind also sehr explizite Formen. Eher unauffälligere Formen finden wir aber auch hier. Ich habe mal geschaut, wenn Sie mal googeln nach Hautfarben, dann finden Sie zum Beispiel hier ein Pflasterprodukt, welches damit wirbt, dass es hautfarbene Pflaster vergibt. Dass dieses Pflaster Hautfarben ist, mag auch viele Menschen zutreffen, aber eben nur auf, aber längst nicht auf alle und auf die ganze Weltbevölkerung gesehen, vielleicht sogar auf die Minderheit interessant. Oder das Wichtige hier ist, dass hier unter der Hand eine ganz bestimmte Hautfarbe zum unausgesprochenen Standard erhoben wird. Und das ist ausgrenzend für alle, die nicht genau diesen Standards entsprechen. Das ist also eine eher unterschwelligere Form der Diskriminierung. Wenn wir es nochmals mit Reihsiegel zusammenfassen wollen, was also Sprache leistet, was die Funktionen von Sprache sind im großen Feld der Diskriminierung, können wir das so formulieren. Sprache, so schreibt er, bereitet die Identifikation, die begriffliche Konstruktion, Imagination und Absonderung bestimmter Menschengruppen vor. Sprache wird gebraucht, um zu bestimmten Menschengruppen sozial auf Distanz zu gehen, um Unterschiede zwischen Menschengruppen zu suggerieren oder aufzubauschen, um negative Bewertungen direkt oder indirekt, explizit oder implizit zu verbalisieren, um eine Ungleichbehandlung mehr oder weniger tuchschüssig zu rechtfertigen, um Vorurteile zu verbreiten und Stereotype zuzuschreiben, um Diskriminierungshandlungen performativ zu vollziehen und so weiter. Sie sehen also eine ganze Fülle von Aspekten, wie Sprache und Diskriminierung zusammenhängen können. Mit all diesen Aspekten wollen wir uns befassen. Ganz wichtig, der Beginn. Zunächst einmal geht es darum, dass Sprache kategorisiert, dass Gruppen konstruiert werden können, allein dadurch, dass wir bestimmte Bezeichnungen wählen. Wir sprechen von den Ausländern, wir sprechen von den Muslimen oder nehmen Sie auch abwertende Begriffe. Wir sprechen von, nicht wir, aber es wird gesprochen von den Kanacken zum Beispiel und so weiter und so fort. Und dadurch wird allein durch so eine Kategorisierung z.B. eine Gruppe konstruiert und der können dann negative Bewertungen zugeschrieben werden, sie können ausgegrenzt werden, es können Stereotype verbalisiert werden und so weiter. Wir möchten uns also in diesem Seminar auf dieser Grundlage genauer mit folgenden Fragen beschäftigen. Wie äußert sich eigentlich Diskriminierung in der Sprache und im Sprechen? Ich habe das hier mal getrennt aufgeführt. In der Sprache geht es um solche sprachsystematischen Dinge, wie z.B. die Anredeformen, wie wir sie gesehen haben, oder die Geschlechtsbezeichnungen, wie sie sich über die Geschlechter hingegen ungleich entwickeln im Sprachsystem, aber auch im konkreten Sprechen, wenn also einzelne Personen Sprache verwenden und dadurch diskriminieren. Wie trägt Sprache und Sprechen zu Diskriminierungen bei und auch zu ihren Tradierungen? Denn gerade sowas wie Stereotype, die kulturell vermittelt sind, werden ganz häufig sprachlich tradiert. Und schließlich wollen wir uns aber auch die Frage stellen, welche Interventionsmöglichkeiten ergeben sich eigentlich für eine kritische, angewandte Linguistik? Wenn man sich mit Diskriminierung beschäftigt und kein selber menschenfeindlich eingestellter Mensch ist, dann wird man immer zu dem Schluss kommen, dass man nach Wegen suchen muss, etwas an der Situation zu ändern, die man diagnostiziert. Und die Linguistik hat, gerade die kritische Linguistik, hat viele Vorschläge entwickelt in den letzten Jahren, welche Interventionsmöglichkeiten bestehen. Und die möchten wir uns gemeinsam erschließen und darüber diskutieren. Ich habe mir drei Themenschwerpunkte ausgesucht. Wir werden zu Beginn des Seminars zunächst Theorien der Diskriminierung kennenlernen aus der Sozialpsychologie und auch aus der Sprachwissenschaft. Wir werden uns dann mit den verschiedenen Diskriminierungsformen beschäftigen. in jedem Falle mit Rassismus, Sexismus, Homo-Trans-Feindlichkeit und Antisemitismus. Und wir werden vielleicht auch noch auf andere Formen zu sprechen kommen, wie Ableismus, Antiziganismus, Klassismus. Wir können das Ganze noch erweitern. Und wir werden uns aber immer auch beschäftigen mit Interventionsmöglichkeiten. Zwei Themen habe ich mir rausgesucht. Gendergerechte Sprache als eine Interventionsmöglichkeit gegen Sexismus und Political Correctness eine insgesamt antidiskriminatorisch orientierte Sprachintervention, die vielfach vor allem von, also die Rede von Political Correctness ist ursprünglich vor allem im rechten Diskurs zu finden, als so eine Art Gegenstrategie. Aber in jüngerer Zeit mehren sich auch die Versuche tatsächlich affirmativ von politischer Projekte zu sprechen. Dazu werden wir das tolle Buch von Anatoly Stefanovic lesen. Ich möchte ein paar allgemeine Literaturhinweise geben. Auf Opal finden Sie hinterlegt das Handbuch Diskriminierung von Scheer, Elma Falani und Yüksel herausgegeben. Sie sind alle aufgefordert, sich breit zu informieren in diesem Handbuch. Hier werden die einzelnen Diskriminierungsformen in den Überblicksartikeln vorgestellt, aber auch die einzelnen disziplinären Zugänge. Der Artikel von Reisigel, den ich erwähnt habe, ist zum Beispiel diesem Handbuch entnommen. Und außerdem habe ich auf Opal eine Linkliste angelegt. Die wird erweitert. Hier finden Sie Links zu Internetressourcen, die ich empfehlen möchte. Hier sind zum Beispiel zwei Broschüren, die sich einmal mit Hate Speech und einmal mit Homophobie oder Homofeindlichkeit beschäftigen, die populärwissenschaftlich gehalten sind oder sagen wir eher für ein breiteres Publikum zugänglich sein sollen. Und wir finden auch den Link zu dem Blog von Joachim Charlotte mit vielen nützlichen Hintergrundartikeln zum Thema Hassrede und Hate Speech. Das wird, wie gesagt, noch laufend erweitert. Und wenn Sie Ressourcen auftun, von denen Sie meinen, die sollten alle was angehen, schreiben Sie mir eine Mail, dann nehme ich den Link hier gerne noch auf. Dann möchte ich noch vorstellen, ein Schreibprojekt, was ich mit Ihnen starten möchte im Verlauf dieses Seminars. Auf Opal gibt es die Möglichkeit, ein Wiki anzulegen. Das habe ich gemacht. Und in diesem Wiki möchten wir gemeinsam Einträge erstellen zu zentralen Begriffen der Diskriminierungsforschung. Und zwar aus einer spezifisch linguistischen Sicht. Also zu ganz grundlegenden Begriffen, wie zum Beispiel Stereotyp oder auch Rassismus, aber auch ein bisschen spezielleren Sachen, die Sie vielleicht auch jetzt noch gar nicht kennen, wie zum Beispiel Tokenism, White Supremacy und so weiter. Da möchte ich gerne im Verlauf des Semesters laufend sozusagen Artikel an Sie übergeben und Sie schreiben dann dazu kurze Wiki-Artikel, wie Sie es von der Wikipedia aus kennen. Das Ganze wird möglich sein, das auch als Kurzüberprüfung und Lektüre bezogene Aufgabe, als Prüfungsleistung anrechnen zu lassen. Details dazu gibt es dann später noch auf anderem Wege. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir am 17. Juni einen Gast haben werden. Die freie Autorin Sibel Schick wird bei uns in Dresden zu Gast sein. Frau Schick ist Kolumnistin, Autorin, hat dieses wunderbare Buch geschrieben, Deutschland schaffe ich ab, im Soukultur Verlag erschienen. Ich halte es nochmal hier in die Kamera. Es kostet schlappe zwei Euro und Sie sind alle aufgefordert und eingeladen, sich dieses Buch zu beschaffen. Wir werden das Buch vorher lesen und Frau Schick wird kommen und wird aus diesem oder auch aus anderen Texten lesen und mit uns über dieses Buch und insgesamt Ihre Aktivitäten diskutieren. Sie können sich über Sibel Schick informieren auf Sibel Schick.net und ich empfehle Ihnen auch, ihr auf Twitter und vielleicht auch Instagram zu folgen. Das Ganze ist natürlich unter dem Vorbehalt, dass wir wieder in der Präsenzlehre sein werden. Sie sehen auch hier Mittwoch, das ist ja nicht unser Seminartermin, sondern es wird eine Abendveranstaltung sein um 18 Uhr. Es wird sich jetzt in den nächsten Wochen herausstellen, ob sich das wirklich realisieren lässt, aber das ist zumindest der Plan. Aber selbst wenn es nicht dazu kommen sollte, dass Frau Schick persönlich bei uns zu Gast sein kann, werden wir uns mit diesem Buch und mit ihren Aktivitäten in den sozialen Medien beschäftigen. Das wäre es von meiner Seite. Ich danke Ihnen herzlich und bis bald.